Wir laufen. Ja, hallo Freunde, ich bin es der Matze Knob und für mich ist der KFC Uerdingen immer schon Diagnose-Dicke-Hose gewesen, weil da ging früher richtig was. Und es ist jetzt Zeit, Freunde, dass ihr von der Oberliga wieder hoch, verstehst du? Ich meine, wer braucht denn Ingolstadt und Darmstadt? Also, darf ich ja nicht so laut sagen, aber ich meine, Uerdingen, das ist doch ein Traditionsverein. Sicherlich, Freunde, hallo, ja. Strengt euch an, ihr seid Tabellenführer. Rauf geht's, in die erste Liga, ja. Und dann kommt Pip Guardiola, möglicherweise, zu der KFC als Entrener. So, bitte, bitte, machen super, super, super Aufstieg. Muy bien.